Eichen- und Hainbuchenwälder zum Anfassen. Das bietet der barrierefreie Baumwipfelweg am Naturpark Geschriebenstein. Der erste grenzüberschreitende Naturpark zwischen Österreich und Ungarn. Hier gedeiht der Fingerhut, eine extrem giftige Pflanze, die aber als Heilkraut in der Herzmedizin berühmt wurde. Ebenfalls giftig, das Serpentinstreifenfarn. Es kommt nur auf serpentinhaltigen Böden vor. Die naturnahen Wiesen entlang der ungarischen Grenze sind Lebensraum für viele seltene Pflanzen- und Heuschreckenarten. Der Galgenberg ist ein wertvolles Trockenrasen-Biotop. Hier blühen auch das Heidekraut und die sibirische Glockenblume. Um die Burg Lockenhaus ranken sich zahllose Schauergeschichten, die heute in Theateraufführungen gezeigt werden. Die wohl spannendste Geschichte zu Burg liefert aber Europas größte Kolonie an Wimperfledermäusen, die sich das alte Bauwerk als Kinderstube ausgesucht haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017